klassische lexika funktionierten auf dem prinzip der sender stellt die autorität das liegt daran dass bevor ich etwas publiziere auf papier muss ich sehr genau prüfen weil sehr teuer ist auf papier zu publizieren ich kann danach nämlich nichts mehr ändern es ist sozusagen in stein gemeißelt im digitalen habe ich die ständige möglichkeit das zu verändern das kann man gut oder schlecht finden aber es führt dazu dass die fehlerkontrolle nicht vor veröffentlichung stattfinden muss sondern nach veröffentlichung stattfinden kann es führt zum beispiel dazu dass es sehr viel mehr menschen kontrollieren können weil zeit ja dann schon öffentlich ist das denkt zunächst mal die qualität des im ersten schritt publizierten textes weil der sozusagen schlechter geprüft wurde im zweiten schritt hebt es aber sozusagen die qualität ist am ende gelesenen textes weil sehr viel mehr leute drauf geguckt haben und was wikipedia macht ist dass diese form des lexikons genau diesen bruch inkludiert und offenlegt und ich glaube dass das ein ausweis von digitaler qualitätskontrolle ist dass ich die begründungen für autorität nachvollziehen kann also ich kann einen text auf basis seiner quellen bewerten und nicht weil er in dem einen lexikon steht sondern wikipedia sagt die these ist die die und die und das haben wir daher und bei der these gibt es einen streit da sind wir unsicher das würde ein klassisches lexikon niemals machen und nach klassischen qualitätskriterien wäre das ein ausweis von geringer qualität bei wikipedia es ist der ausweis von hoher qualität weil ich selber als leser feststelle okay hier sind die unsicher muss ich vielleicht aufpassen das setzt voraus dass ich als leser aktiv teilhabe an diesem prozess ich kann mich nicht mehr zurücklehnen und darauf verlassen dass alles stimmt was mir vorgesetzt wurde soll ich muss tatsächlich sehr viel stärker das selber hinterfragen in wahrheit musste man das aber übrigens auch bei print publikationen schon immer wir haben nur man hat uns vorgegaukelt das wäre dann objektiv so richtig